Genau, das muss alles für schnell sein. Genau, genau. Gut, und nochmal. So, und jetzt reinkommen, so ein bisschen drin fest und jetzt sind sie gut. Robert, sieh mal. Schau mal rein, nicht durch. Unterkommen. Super. Haus war keiner. Jetzt will ich sie alle in den Ecken haben. So, ich will sie alle da drin haben. Immerhin, ich will schnell nach den Augen. Mach es nicht zu eng bei der vorne, dann kommt es wieder ein bisschen enger raus. So, und noch rüber. Genau, und jetzt kommt es noch. Gut. Und, so, gut. Jawohl, das war's.